Hast du schon die neue Tosca gesehen? Die mal trinken soll der Knaller sein. Ja, ja, ich hab's gehört. Nein, leider noch nicht. Jetzt werden wir zusammen... Hallo! Hallo! Welt allerbeste Tante, hast du mich vermissen? Ja, die letzten 24 Stunden waren schrecklich. Ich sag Sabir mal Bescheid, da ist ja eine Kleinigkeit für euch. Gerne. Und ich bin mal kurz auf der Toilette. Und? Neue Entwicklung. Ich hoffe auf einen gemeinsamen Opernabend. Ansonsten steht sie immer noch am anderen Ufer und wir winken uns zu. Und du hast wirklich Interesse an ihr? Wie redest du denn? Bist du ihr Vater? Meine Gefühle sind aufrichtig. Stella, Charlie ist eine Hammerfrau, das weiß ich, aber da wäre ich einfach nicht drauf gekommen. Wieso denn nicht? Ich meine, Charlie ist witzig und hat so viel Power und sie ist unbereichbar. Wer weiß, also mit der Oper bist du bei Charlie auf jeden Fall auf dem richtigen Dampfer, weißt du? Für die ganz großen Gefühle, da war sie schon immer empfänglich. Hoffentlich. Tschüss. пока.